Frisch gebackene Brote, noch warm aus dem Ofen. Lilith, es ist immer ein Vergnügen. Seht ihr euch einfach nur um oder sucht ihr etwas Bestimmtes? Schon lustig, dass ihr fragt. Ich suche ein Medaillon. In poliertem Silber vielleicht. Groß genug für... einen zusammengefalteten Brief. Ah, verstehe. Ich glaube, ich weiß genau, wonach ihr sucht. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen, aber mein Ehren lohnt. Er kann euch schnell eines machen. Wenn ich nach Hause komme, sage ich ihm, dass er gleich damit anfangen soll. Ihr könnt es dann abholen in... in drei Tagen. Perfekt, Schätzchen. Einfach perfekt. Bis dann. Frisch gebackene Brote, noch warm aus dem Ofen. Seid ihr Brot und ein Top Light, werdet ihr Fisch- und Wildbräte übernommen? Ich wollte jetzt nicht das Gespräch der alten Damen unterbrechen. Ja, wir sind im letzten Part hier... haben wir uns die Kriegjunfer angeguckt und den trunkenen Jägersmann und haben da auch die entsprechenden Geschichten gehört. Und ja, jetzt gucken wir uns weiter... Wir befinden uns hier auf dem Marktplatz. Wir haben hier einen Schmuckhändler, einen Fleischhändler und Umsgemüse. Macht ihr je mit den Kajid-Geschäfte? Sie würden den Stahl eures Mannes bestimmt liebend gern käuflich erwarben. Schätzchen, viele hier sind auf Eolons Handwerkskunst angewiesen. Wir hatten bisher noch keinen Grund, mit diesem Wagen voll Geschäfte zu machen. So, okay, dann wollen wir mal... Wo fangen wir denn an? Ähm... Wir sprechen erst mal hier mit ihm da. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Hallo, wer seid ihr? Seid gegrüßt, Stammesbruder. Was führt euch nach Weißlauf? Ähm... Äh... Verschiedene Sachen? Ähm... Äh... Sagen wir... Ich bin hier, um euch auf jede... Denkbar... Erdenkliche Art zu helfen. Wirklich? Ha, bei Schor. Diese Stadt könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Dann geht ihr am besten zur Drachenfeste hoch und sucht den Jarl auf. Er ist der Herrscher von Weißlauf und kann euch den Weg weisen. Ähm... Ihr lebt hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumänen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Mhm. Das ist richtig. Äh... Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob sie Mitglieder suchen. Aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Die sind drüben in ihrer Halle. Jo, was? Wenn ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Auch verschiedene Arbeiten halt, ne? Wo kann man hier was trinken? Haha, das ist wohl die wichtigste Frage überhaupt. Sucht die beflaggte Meere auf. Geht zur alten Hulda, die sorgt dafür, dass ihr im Mäd schwimmt. Aber seid auf der Hut vor dem Bergen Mikael. Mikael, der Kerl ist ein eitler, kleiner Milchtrinker. Du... Er scheint ja wörtlich Mikael nicht zu mögen. Mögt ihr Mikael nicht? Eine Schande für die Badenzwunft. Wir Nord haben eine lange Tradition als Kampfpoeten. Ich bin stolz, mich zu ihnen zählen zu dürfen. Mikael hingegen. Der singt nur für Gold und die Gunst der Frauenzimmer. Er entehrt unsere Traditionen. Mhm. Okay. Dankeschön fürs Gespräch. War sehr aufschlussreich. Bis später. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Danke, gleichfalls. So. Na, sehen wir haben wir ja schon. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Ich weiß gar nicht, was der Wolkenbezirk ist, also kann ich dir die Antwort gar nicht geben. Noch warm aus dem Ofen. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Aha. Kannst du mir mehr erzählen, Isolda? Sobald ich durch den Handel mit Kajit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflagte Meere ab. Aha. Hofft ihr, ein Händler zu werden? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Ein Mammutstoßzahn. Leichter gesagt als getan. Äh, ich könnte euch vielleicht helfen. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Hm. Okay. Was wisst ihr über die Kajits? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elzweier. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elzweier sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Tja, die dort leben, fühlen sich höchstwahrscheinlich pudelwohl. Äh, ihr habt von Handelskarawanen gesprochen? Ja. Diese Kajit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Äh. Hm. Frau, äh, vertraut ihr ihnen? Ja, ich vertraue ihnen. Soweit ich das sagen kann, haben sie mich immer gerecht behandelt. Und ein Nord erkennt einen Lügner auf den ersten Blick. Hattet ihr Fisch und Wildbrät im Überfluss? Okay. Ja, das muss hart sein. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Warum nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Kajit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt hundert gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Hm. Danke fürs Gespräch. Bis später. Lebt wohl. Ja. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Hm. Habt ihr die Preise erhöht, Carlotta? Das musste ich. Die Bauern verlangen das Doppelte für das Obst und Gemüse, das ich verkaufe. Lasst mich rass. Ich verbringe viel Zeit an den Nacken des Ärgers mit den Sturmänteln. Damit ich das Kaufmannshandwerk allein... Ganz genau. Es gibt nur noch halb so viele Straßenpatrouillen, weil der Jarl Soldaten brauchte. Die Banditen sind dreister denn je. Sie überfallen die Höfe und stehlen Nahrungsmittel. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Wie froh, die sind knapper als je zuvor. Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Wie ein Leib frisch gebackenen Pumpernickels. Immer diese Durcheinanderquatscherei. Sagst du was anderes? Guten Tag. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Arbeitet ihr immer noch in der beflagten Meere, Olfina? Was soll die Frage? Nur weil ich eine Graumäne bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen kann. Ich hatte nicht gemeint... Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Wusstet ihr, dass es tatsächlich Früchte gibt, die im kalten Wetter besser wachsen? Ich vermisse die Zeiten, als die Graumänen und die Kampfgeborenen sich noch vertrugen. Seit Beginn des Krieges herrscht Zwietracht zwischen uns. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Von den Feldern und Obstgärten Weißlaufs direkt auf euren Tisch. Ja, danke. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Ja. Schön. Frisch gebackene Brote, noch warm aus dem Ofen. Ja. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Nein, das sollte man nie tun, sich zwischen Kind und Elternteil quetschen. Das tut nie gut. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael. So wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflagten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Okay. Nächste Quest. Vielen Dank. Bis später dann. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Ne, ich trinke sowieso mehr nur Tränke. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Ah, no. Dingsabumsa. Guten Tag. Die besten Stücke vom frisch erlegten Wild. Ja, brauchst du ja nicht gleich so zu brüllen, der Herr. Weil ich bin nicht taub. Ich habe noch sehr gute Ohren. Habt ihr das ganze Wild ganz alleine geschossen? Oh ja. Die Jagd ist meine große Leidenschaft. Darum haben mein Bruder und ich einen Laden eröffnet, um Jagdzubehör zu verkaufen. Den trunkenen Jägersmann unten am Haupttor. Er kümmert sich um das Geschäft und ich betreibe diesen Stand. Naha. Dann gucken wir mal, was er hat. Schmuckstücke, Krimskams, solche Sachen. Schmuckstücke? Da haben wir haufenweise Essenssachen. Die brauchen wir erstmal nicht. Zutaten? Klar. Salz. Gut. Ey, warum schnippst du? Die Zeiten, als die Graumänen und die Kampfgeborenen sich noch vertrugen. Seit Beginn des Krieges herrscht Zwietracht zwischen uns. Ja. Vordränglerin, du. Reifes Obst und frischgebackene Brote. Noch warm aus dem Ofen. Ja. Lass deinen Blick drauf. Das habe ich gerade vergessen zu gucken. Aber auch sie hat halt nur Essenskram. Okay. Danke. Beehrt mich bald wieder. Ja. Bis denn dann. Und. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Sammlerstücke und Zierschmuck. Gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Ah, ja. Ja, ja. Äh. Wer ist der beste Schmied von Himmelsrand? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorwaska, der Mähthalle der Gefährten. Es gibt in den neuen Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen. Das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Das und vielleicht noch dieser eingebildeten, dummschnupfenden Kampfgeborenen. Äh. Wo liegt Jorwaska? Geht auf dem Markt die Treppe hoch und schaut dann nach rechts. Kannst es nicht verfehlen. Die besten Schmücke aus frischer Lippen. Nochmal. Weil da war ja... Mein Ehemann. Ihr solltet ihn... Da war ja noch eine Option. Das und vielleicht noch dieser eingebildeten, dummschnupfenden Kampfgeborenen. Die Kampfgeborenen? Hörten ihr bloß mit diesem Haufen auf? Sie halten sich für etwas Besonderes. Ja, sie haben Geld. Aber nicht einer von ihnen besitzt einen Funken Anstand. Graumäne. Das ist ein Name, der einen mit Stolz erfüllt. Wir haben Wurzeln in Weißlauf. Wir haben Tradition. Mhm. Okay. Danke. Wir gucken, was sie hat. Werft einen Blick darauf. So, Bekleidung. Ja, klar. Sie ist ja Schmuckverkäuferin, also hat sie nicht Schmuck. Und komm, kaufen wir den einen Dietrich. Gut. Dankeschön. Bis später. Passt gut auf euch auf. Wählt aus meinem hochwertigen Furchtumgebot. Nein, dein Bier habe ich leider noch nicht gemobst. Tut mir leid. Wer bist du? Sammlerstücke und ziehe Schmuck. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Aha. Okay. Gut. Ähm. Dann gucken wir jetzt. Äh. Bele Tors gemischt waren. Gut. Gehen wir mal rein. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja. Mhm. Gucken. Aha. Leeres Fass. Da können wir noch nicht rein. Ja, ja. Ich gucke mich nur um dem Bele Torm. Mehr nicht. Das ist auch leer. Gucken wir mal hier oben. Ich klaue schon nichts. Keine Angst. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Wie du hier so lebst. Weil ich muss mir ja einen Eindruck von dem machen, wie eure Häuser so eingerichtet sind. Ne? Weil, äh, ja, sonst weiß ich ja nicht, wie ich vielleicht mein Häuschen einrichten kann. Hast du einen Tipp, Belletor? Wie kann man sein Haus am besten dekorieren? Hm? Keinen Tipp? Schade. Aha. Auch so, noch so ein Geschäftsbuch. Und eine Schatulle. Lehrling. Achsbraten. Hier schläft noch jemand auf dem billigen Bett. Aber hübscher, um hast du Belletor. So, hier oben war ja weiter nichts. Ach. Guten Tag. Ich arbeite für Belletor im Gemischtwarenladen. Also ist höchstwahrscheinlich das Bett, was wir ja hier da oben gesehen haben. Komm doch mal in Belletors Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Wenn es dir nicht aufgefallen ist, sind wir schon drin. Also sein Bett ist hier oben. Belletor hat höchstwahrscheinlich das bessere Bett. Okay. Was haben wir denn noch hier? Glas und Holzschwert. Und, aha, hier haben wir, das gucken wir uns jetzt an. Der Sack ist leer, aber wir lassen es natürlich drin. Zack, jetzt haben wir die Redekunst verbessert. Schön. Das sind halt so Bücher, die haben höheren Wert und die verbessern dann dementsprechend die irgendeine Fähigkeit. So, was haben wir hier? Achso, da geht es wieder nach Weißlauf. Rindfleisch. Ah ja, das ist wohl ihre kleine schnuckelige Küche, wo sie hier halt, äh, äh, sich ihr Mittagsessen machen. Und dann müssen sie sich natürlich aufwärmen. Hallo, Belletor. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ah ja, du verkaufst sogar deine Schwester. Ach so, so. Äh, was führt ein Bretone nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Ah, aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. No, hab ich eine dumme Frage gestellt. Das tut mir aber leid. Wie läuft das Geschäft? Interessant, um es gelinder auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Ja, das haben wir ja schon draußen gehört. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. So ist es das. Dann zeigt mal her. Ja, und hier ist es Ransch. Für mich sind es Schätze. Anschauen kostet ja nichts. Nach wie vor haben wir ja in dem Sinne nichts, was wir verkaufen wollen. Nee, 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 nee. Das wollen wir alles schön behalten. Okay, dann gucken wir jetzt. Waffen. Ja, der hat ein paar Pfeile. Eine Streitaxt. Beziehungsweise zwei Arten. Bekleidung. interessant dann nehmen wir hier das mal mit heilung kann nie schaden essen ja bücher manche erstes für mich sind es schätze bücher da ist nichts weiter aber wenn ihm die dietriche mit ja das war es eigentlich noch haben wir nicht so viel kohle bitte kommt wieder ja bitte seht euch um ich bin sicher ich habe etwas das euch gefällt ja jetzt steht stellt er sich wieder hin weil wir angequatscht haben so ok dann gehe ich jetzt noch hier raus und dann werden wir im nächsten part keine ahnung keine ahnung von unseren mühen von unseren qualen nichts und das ist mit einem sohn was ist mit dorad dann ist ihr nichts haltet mir keine vorträge über das leiden euer sohn hat sich für eine seite entschieden und zwar für die falsche nun ist er verschwunden so läuft es im krieg je eher ihr diesen verlust akzeptiert desto besser ich werde seinen tod niemals akzeptieren mein sohn lebt ich spüre es in meinem herzen also sprecht kampfgeborene wo ist er wo haltet ihr meinen tor alt fest schenkt dir diese alten schabracke etwa glauben und frisches gemüse zu verkaufen ihn festhaltet ach den habe ich bei mir im keller er ist mein gefangener seht es endlich ein alte kuh euer dummer sohn ist tot er starb als sturmmantel verräter und ihr ihr haltet besser den mund sonst blüht euch dasselbe schicksal kommt vater hier gibt es nichts weiter zu sagen eigentlich wollte ich die im part vorher beendet haben aber dann kam ja hier dieses gespräch und das wollte ich euch auch noch zeigen weil dadurch wird jetzt eine weitere quest praktisch für questreihe für uns angestoßen dann werden wir halt im nächsten part ich wollte eigentlich erst in das gebäude dann in das gebäude aber dann werden wir halt im nächsten part mit ihr erstmal quatschen okay dann wünsche ich euch einen schönen tag einen schönen abend schön dass du dabei warst und würde mich freuen wenn du im nächsten part auch dabei sein würdest über kommentare würde ich mich natürlich auch freuen also dann bis denn ne tschüss wird jeder aus frisch erlegt im welt Untertitelung des ZDF, 2020